Hallihallo, Hallöle und ein herzliches Willkommen zurück zu einer, ja, leider letzten Folge von Seven Days to Die. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Kann ich das zu dich sagen? Ja, wie schade, 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 unsere letzte Folge. Ja, den Abschluss machen wir mit einer Blutmundnacht. Wir haben eingestellt, wir hatten immer vier Feinde pro Spieler gehabt und in der Blutmund haben es auf hochgestellt auf zwölf Feinde pro Spieler. Wir sind gespannt, ob das Bollwerk auch bei der Anzahl an Zombies halten wird, ob wir das aushalten werden. Das wollten wir uns jetzt zum Ende von Seven Days nicht entgehen lassen. Ich kann aber sagen, wir haben hier ganz, 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 ganz mega viel geschafft, finde ich. So, Anzahl der Tod. Da fehlt ein Schrottenflintenturm hier. Wollte ich nur nochmal erwähnen hier. Ich konnte keinen nachbauen, hatte keine Materialien mehr. Nimm doch einfach einen vom Bollwerk. Kannst du ja nicht aufheben. Nicht? Echt nicht? Interagieren? Leider nicht. Aha, okay. Da hätte ich gerne noch ein paar Stück mitgenommen. Da sieht man sich ja selber drin. Ja, das ist eine Kameravorschau. Du musst diese Komponente mit Strom betreiben, um die Kamerafunktion nutzen zu können. Da lernt man nicht aus, ey. Ja, wie gesagt, wir sind hier am Ende von Seven Days angekommen. Wir hatten gedacht, naja, jetzt ist schon einiges an Seven Days ja passiert. Wir haben viel gebaut. Wir haben viel gemacht, getan. Irgendwann viel auf Missionen unterwegs. Das Schlösschen da hinten. Ist noch ein bisschen hell. Ich habe noch ein bisschen hell. Kann ich noch einmal zeigen. Na hier. Burg. Festung, die wir doch noch hier. Kannst du aber nachher noch in Ruhe machen, oder? Ja, das kann ich eventuell nachher noch. Je nachdem, wie jetzt lange die Blutmond dauern wird. Ob wir überleben. Ich muss hier auch noch mal Team Pink vertreten. Wurzel ist leider heute nicht dabei. Nein. Er kommt aber wieder bei anderen Spielen. Ganz sicher. Er richtet Grüße aus. Pinke Grüße vor allem. Vor allem ganz, ganz pinke Grüße. Und er freut sich aufs nächste Mal mit euch. Wir versuchen ihn gut bestmöglich zu vertreten, ne? Ja, Team Pink. Also, man hätte jetzt hier in Seven Days noch jede Menge machen können. Man hätte noch viel, viel machen können. Kreativität ist mir hier fast keine Grenzen gesetzt. Seit wann fehlt eigentlich das Riesenstück Brücke? Ich habe immer gemerkt, dass da ein Stück Kilender fehlt. Aber seit wann fehlen da die Stahlträger? Die fehlen da echt schon längers. Echt jetzt? Ja. Ja. Wo zerfällt die Brücke? Was mir hier nicht, was mir hier echt alles verpasst. Ja. Anderthalb Stunden haben wir noch. Und dann wird es interessant. Genau. Ich bin auch gespannt, wie die letzte Blutmundnacht für uns sein wird. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem wenigstens ein bisschen Spaß mit unseren Folgen hier in Seven Days mit unserer Gruppe. Nee. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß gehabt. Nee, ich nicht. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist klar. Das war schrecklich mit euch. Überall. Will ich nie wieder tun. Nee, nie wieder. Ja. Nee, war super. Ich hoffe auch, wenn wir Seven Days... Nee. Mach du. Ja, ich wollte gerade sagen, falls wir je wieder hier vorbeikommen, haben wir eine super Base. Mhm. Ja. Also ich hätte auch noch viel vor. Ich bin noch nicht fertig. Kummerweise. Ja, man könnte noch sehr viel. Aber was ich sagen wollte ist... Vielleicht gibt es ja eine zweite Staffel. Auch wenn wir jetzt mit Seven Days aufhören würden, würden wir uns trotzdem freuen, wenn ihr trotzdem dabei bleiben werdet. Seit... Ja, genau. Vielleicht finden wir auch ein anderes Spiel, was euch wieder interessieren tut. Vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal eine zweite Staffel von Seven Days. Ausschlagen würde ich es nicht. Es ist ein sehr, sehr... Das ist ein sehr schönes Spiel. Ja, definitiv. Deswegen... Seid dabei. Guckt, guckt, guckt im Discord vorbei. Da findet ihr uns. Genau. Im Discord. Kanal, Banner oben rechts. Twitch. Da hinten, da hinten irgendwo anklicken. Irgendwo hier um uns rum ist auch noch irgendwo ein YouTube-Link und noch andere Links und so super Sachen und so tolle Sachen. Genau. Genau. Also wir haben auch ganz viele andere Spiele noch. Wir machen natürlich mit Seven Days zwar Schluss, aber es kommt auch ein anderes Spiel dann wieder dazu, wo wir wieder zu dritt oder zu viert sein werden. Ja, lass uns überraschen. Welche Spiele sein wird, kann ich noch nicht sagen. Weiß ich noch nicht. Wissen wir noch nicht. Dann müssen wir noch drüber spekulieren. So. Aber jetzt in dem Sinne sage ich einfach Prost. Ja. Prost, hau rein. Warte, ich komme bei der Cola. Es hat leider nicht geploppt. Ist das ein Chorbote? Jetzt verlieren wir. Ich hätte jetzt richtig Bock, hier einfach stehen zu bleiben und unser zweiter Schützturm zu sein. Keine gute Idee. Also nicht in dieser Nacht. Ich glaube, dass du da nicht lange überlebt hast, weil du ein Ziel für dich bist. Die Schütztürme waren die nicht die Zieler. Das ist richtig. Ich bin schon Level 70. Ja, lass uns doch mal. Ne, das mache ich. Ne, das mache ich am Ende. Aha. Ja, das wissen Sie. Wir müssen bis zum Ende bleiben. Hey. Hörtschi, Batsch. Ich mache schon mal die Dinger draußen an. Mhm. So, essen, trinken, alles einschalten. Ich bin schon am Ampfen. Wurzels letzte Gemüsesuppe. Oh. Ich muss auch mal was trinken. Ich habe noch so einen Gesundheitsriegel. Kann ich doch eigentlich auch mal schlotzen, oder? Ja. Eigentlich schon. Auch ein. Wenn... Wollt ihr auch einen? Ich habe zwei. Bei mir ist alles gut. Ich trinke gleich einen Whisky. Ja, ich knall mir dann auch das leeren Elixier irgendwann zwischendrin durch. Ja. Ui, ui, ui. Bin schon gespannt. Wenn ihr wollt, könnt ihr Waffen reparieren. Ich mache das erst später ein bisschen. Reparatur-Kids sparen, finde ich immer ganz gut. Ja. Da kommt der Schwabe dann aus mir. Das stimmt. Ich habe noch so ein Schadensvermeidungsding, so Pillen. Es geht los. Überhaupt ist nur du. Okay. Wenn du dir das Ding schluckst, dann sagst du Bescheid. Ja, ich mache das erst, wenn ein paar mehr Gegner sind, wenn es jetzt zwar am Anfang ist. Oh, da kommt schon eine Bombe. Ich glaube, er hat die Welt kam. Ich habe ihn gar nicht gesehen, bis er hier war. Oh, da gibt es noch ein Schieber. Das ist die Frage, womit ich schieße. Diese Biker, ey. Oh, ich sehe schon mal die Frames gehen voll in die Knie. Ja. Oh, da ist schon eine Bombe, Bombe, Bombe. Oh, der geht hoch. Oh, jetzt schon. Ui. Gut verletzt. Aber die anderen haben mich auch geschützt. Okay, dann trinke ich jetzt mein Gedöns schon. Okay. Okay. Das ist ein Bike. Sieß. Schön, ich habe nur noch 10 Frames, die ich in die Sekunde genommen habe. da ist schon wieder so zum bombe ich muss mal alles hingefallen ich auch ich glaube wir haben wo das noch einer rechts links bei mir aus im anderen links das ist jetzt geht er hoch wir haben alles in zeitlupe zu sehen vom belehnt reparieren in teilen und hier ist klar danke ja zwei stück er ist runtergekommen schon wieder oder kommen wir ganz schön viele okay das tun läuft das super läuft ist das nachladen ich muss mich heilen bäh spuckt er mich auch noch ein schneller reparieren links auch bombe der hoch der hoch der auch noch mal heilen das sind doch nur acht zombies mehr als die frage wie ich für das steht acht fällen vier pro spieler und die kommen immer wieder bombe links woher noch mal der ist tot ok sind beide tun wie einer blinkt noch angeblich muss man noch stehen gewehr reparieren und ist gut ich glaube die von woanders durch oder eine klappe ist weg ok dann macht die nächste klappe hoch in der mitte zumindest ja dann kommt man jetzt weg oder ich versuche dass ich meine seite durchkomme ja ok ok das geht dann kann ich einfach da aus was ok wieso bin ich schon wieder hier drin mensch komisch bin durchgepackt ok sind die viecher auch unter uns gute frage ja da kommt die bombe schützungen schützungen das sind zwei schneller 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 er geht hoch man hat ah der andere übernimmt ok alles gut alles auch was alles roger so weiter schatzi ja ich schließe machst du dann oben wenn du das bitte rein ok mache ich warte ok jetzt man muss das mal so die stellung kopieren kommen habe ich drin schon wieder ja zwei steht der sitzt hier unten in so einem loch wir haben da schon so ein loch reingekommen ja oh noch einer ja noch einer scheiß ich muss nachladen ich habe wirklich nur noch drei frames ich muss auch nachladen wir zurück komm jetzt shit ok haben wir jetzt überhaupt noch eine chance zu uns rüber zu kommen äh rechts vielleicht äh oder ok ich glaube da vorne ist ein loch meinst du sie sind jetzt unter uns das problem ist oh ja da unten ist alles kaputt schatze du hast ja die stahlgitter ne ich gebe sie dir ich gebe sie dir ich gehe dann raus da und wann ist die Pistole ne die Pistole am besten musst du die Pistole mitnehmen damit irgend muss schießen und wir müssen reparieren oh 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 god das ist ja gleich schon hier unter uns ja oh ne kann ich nicht machen die sind alle im weg ne geht nix dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen die kommen halt irgendwann unter uns raus ne ja ja der eine muss hier weg und ok schatzi ja kannst du mal einen schritten Platz bitte such das zu heilen was noch heilbar ist weißt du ja such eben still halten sonst kann ich unter deinem fuß nicht reparieren das ist gut ok die klappen meine Schmerz ja das beruhigt die aber auch erstmal gerade gehen ja das das trotz dem Loch sieht das hier echt gut aus ja gut das heißt trotzdem wir werden jetzt irgendwann unter uns einfach rauskommen gib was die stahl geht ab ja gib her ok ja fliegen ui achso das war ich weh ich hoffe dass das da unten ein bisschen aufräumt mehr granaten habe ich glaube nicht mehr öh den wollte ich nicht öh den wollte ich nicht ich hab nur noch zwei frames total ach rechts wollen sie jetzt durch ok oder die röperin die röperin ah da liegen zu viele da liegen zu viele da liegen zu viele wir sind immer noch am leben ja fast drei uhr alles was das problem ist dass ich da gibt es ja hier geht es noch hier geht es noch wollen wir abhauen mit den autos das sieht doch eigentlich ganz gut aus will nicht wissen wie so uns aussieht beide halte ich mal ich habe nur noch die schütz oben ist aber noch zu ja jetzt ist gut 24 so schlecht aus das ist eine richtige diashow bei mir jetzt bin ich leer ich habe mich so immer mal wieder aufgeräumt ich komme noch mal auf bis tag wir müssen nur noch überleben und aufräumen aber das war echt ganz schön schon viel also diesmal müssen wir echt viel reparieren diesmal müssten wir viel reparieren also wie das irgendwo noch ein geier über uns wir leben aber das war schon echt viel jetzt haben wir eine schreierin angedockt weil wir hier um da unten da haben sie das sollen schon kaputt gemacht gut dass ich noch wände dran gemacht da unten liegen einige leichen ja und rucksäcke vor allem ich habe nachladen müssen ich aber auch dass es hier kein friendly feier gibt alter war weiter wow interessant das hat diese hier unten drin dann einfach gestorben oder ich kann mir nicht vorstellen was die ich mit der granate erwischt habe seid mal leise um uns herum sind immer noch genug hört das ja nicht irgendwas ist noch ja ich höre sie in diesem in dem tunnel den du nur zugeschüttet hast ah und runter ja hier ungefähr müssen nach unten irgendwie schatz ich sehe es hier durch das loch hier willkommen da haben sie richtig wurde ok ich zünde weglaufen hast du das nur geworfen oder gezündet und geworfen geier hinter dir so ja man muss das nicht erzünden oh scheiße ja da kommt die frau wieder vom vorschein und ihr wolltet 564 das hat man nicht überlebt na gut das hat man beim rechner so schon nicht geschafft guck mal hier ist schon fehlt auch was was ok ein schuss habe ich noch oh geil das der eine zombie hat eine heizung mit sich geschleppt eine heizung damit ihr euch ja nicht galt wird hey der denkt voraus der typ aber hier bräuchte ich ewig um das zu reparieren weißt du das eigentlich ja da kommt der wanderhorde vorne links aus der stadt ja vor allem auch unten die ganzen säulen und so habt ihr mich gehört wir sind schon unterwegs ok ja wollen wir noch ein paar schlussfolge sagen oh das fällt mir schon schwer ich bin kein Mann mit vielen Worten kein Mann mit vielen Worten danke dass ihr dabei wart ja gut das meiste haben wir sowieso zum Anfang der Folge gesagt aber jetzt kommt nochmal das Interessante wir wollen nochmal gucken welches Level haben wir eigentlich erreicht das wäre ja mal ich verteile jetzt erstmal Punkte ja ich mit 71 Imp mit 70 Melle mit 68 gut Wurzel kann ich jetzt nicht sehen wie weit er ist ich glaube 63 war er noch das geht gut der Imp hat sich gut geschlagen mit 16 Tode bei 3578 Kills die Melle mit 5 Tode 429 Kills klar sie war ja auch viel am reparieren das war unsere Rückwärtsversicherung Lebensrätterin genau sagst wie es ist ja es war ich achso ich habe 3 Tode bei 3469 Kills ich weiß noch einer deiner ersten Tode war die Mine im Krankenhaus ja das stimmt da bin ich ja da hat Melle mich ja hingelotzt und dann und ich kurz danach so hey der Strider ist hier rübergelaufen explodiert und bumm Imp war weg das weiß ich auch noch guck mal da oben ist ein Rabe ach nee das ist eben ein Helikopter ein Rabe natürlich ich wollte noch mal hier unsere Bude ein bisschen so aus der Luft sehen ja die Bude die ist auch sehr schön geworden ähm hat alles Geschmacks Gebäude steht das ist der sicherste Baumarkt aller Zeiten ja also wenn man bedenkt ne wenn ihr euch zurück erinnern könnt was das eigentlich mal für ein Gebäude war und was es jetzt ein Gebäude draus wurde ähm finde ich ist gute Arbeit geleistet wir sind relativ sicher da drin also ihr müsst mal oben drüber fliegen ja ich kann drüber fliegen ich mag ihn am liebsten gehe ich durch die ähm ja weil die schnell ist ja da oben der Heli Landeplatz der andere Tür ist einfach zu langsam genau ich kann es ja mal probieren ich kann es ja mal probieren ich gehe jetzt mal auf dem Heli Landeplatz und hole mal Helikopter und gucke ob ich ein bisschen ähm es ist vielleicht ein bisschen chaotischer Flug aber man kann vielleicht ein bisschen was sehen einen Moment soll ich dich einweisen warte mal ich komm mit ja das ist so ich hab's einfach nicht gelernt es ist in jedem Spiel fliegen ist nicht mein Ding versuch einfach W-Shift und Leertaste gleichzeitig gedrückt zu halten während du auf versuchst abzuheben aber eben könnt ihr auch fliegen ne W-Shift denn über euch W-Shift und Leertaste Schatzi in die richtige Richtung bitte ja ja warte der ist die ein Gott jetzt muss ich okay die Landebahn ist kurz ja es wäre besser wenn du an die andere Seite gehst und und landet zwischen den zwei gut dass du deinen Boden neu gemacht hast ja war klar der Baum ich bin solidarisch neben dir aufgesessen achso du bist hinter der Mauer stimmt ja jetzt kommst du da nicht mehr raus du musst das Ding einpacken Schatz ja warte warte vielleicht landet doch noch fliegen ah ja das wird schon alles eine Frage des Gefühls mh sieht gar nicht so übel aus hier okay alles klar ja das okay jetzt jetzt ist das Ding fast kaputt ne du kannst ja auch draußen auf der Straße abheben wenn du möchtest ähm ja ich glaub ähm komm probier's probier's ei ei aber dir reicht's oder imp ja ja passt also länger kann ich die wirklich nicht mehr machen es wäre aber ganz gut wenn wir das Geländer vorne Richtung Straße weg machen dann kann man einfach vorne raus schanzen das Problem ist nur mein Mann würde da dann ständig runter plumpsen B Shift und Leertaste okay Leertaste zieht hoch C tut die Nase wieder runter drücken warum weil du in der Luft bist Shift ist der Boost dann 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 dreht sich dein Rutter schneller jetzt hab ich's geschafft guck mal ja jetzt hast du's geschafft der Schwanz hängt nicht unten also alter schön vom Flieger vom Flieger ah geil aber super also es ist wirklich bemerkenswert auch hier die ganze Landwirtschaft die Melle betrieben hat ne das ist mhm und er stürzt ab mit dem Arsch voran ja ich hoffe ihr habt genug gesehen Rundflug schon vorbei oder wie so schnell kann's gehen ne also wie gesagt ich hoffe ihr seid trotzdem noch dabei auch wenn wir dieses Spiel nicht mehr zocken sondern als anderes zocken werden wir geben uns Mühe dass wir ein Spiel natürlich finden was euch auch ein bisschen an sagt wahrscheinlich macht macht anspricht so darf ich jetzt hier den Helikopter nicht absetzen ja gut dann machen wir Schluss für heute ja ja vielen lieben Dank und bis zum bis zum nächsten Spiel tschüss tschüss erfreut uns tschau